Du machst bestimmt alles kaputt. Mein Ingame-Sound ist kaputt gegangen. Oh Mann, ich fühl mich grad voll schlecht. Was machst du? Die Stimme von dir. Oh, du machst bestimmt alles kaputt. Keine Ahnung, ich hab jetzt voll mitleid mit dir. Yo Leute, Klim am Start. Mit dabei ist Klängern. Nein, das stimmt immer noch nicht. Rundskate. Nein. Und ich hab die meisten Tode. Stimmt. Stimmt. Stimmt gar nicht. Skate ist ja von uns dreien. Ah, wow, wow. Der Fuck. Ja, jetzt geht's aber auf die Fresse hier. Verpiss dich. Verpiss dich. Scheiße, die sind. Aber wenn du mit Fackel hier rumrennst, kannst du eigentlich alles sehen. So, die meisten von euch, muss ich ganz kurz sagen, haben sich den Shader, den ich jetzt drin hab, gewünscht. Den hier, den Soyce Ultra, den ich übrigens von dem lieben Skate gezeigt bekommen habe. Ja, 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 ja. Ich hab den nicht. Ich hab im Moment gar keinen, sonst seh ich nix in der Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Ich hab gesagt, wir rennen jetzt gerade quasi mal rüber, um die Sachen von Skate zu holen. Momentan nur ein halber Stack schicken. Rat mal, wer die andere Hälfte hat. Oh, ich, ja, also ich, äh. Ne, deshalb wollte ich euch fragen, was ihr denn davon halten würdet, wenn ich umziehen in die neue Stadt. Oder ob ich in der Alpen bleibe. Wir bringen dich um, wenn du in der Alpen bleibst. Ganz oft sogar. Um das mal auf Mafia-Methoden zu sagen. Ich wollte jetzt einen schlechten Wortwitz mit, wenn du in der Alpen bleibst, machen, aber... Okay, das ist okay. Das wird akzeptiert. Hoi, hoi, nyao, nyao, nyao. Ich muss vielleicht, weil das so übelst oft gefragt wurde auf meinem Kanal und Kommentaren, als ich umgezogen bin, haben ja niemand verstanden, weil ich hab ja in meinem alten Zuhause voll krass über der Stadt und voll groß und alles und einen Zehn-Stunden-Live-Stream gemacht, wo ich die ganze Zeit viel ausgehöhlt hab und so weiter und so weiter. Und soll ich euch was sagen? Es war einfach so eine Random-Aktion. Ich hab in dem Moment einfach so null Bock mehr auf Crash-Tech gehabt, weil einfach alles kaputt ist und geklaut, wo die Stadt scheiße aussieht. Und dann kam Klim und hat gesagt, ja komm, zieh halt um. Und dann hab ich gesagt, warum mach ich nicht? Oh man, jetzt will ich auch... Oh! Ja, siehste, so wie ist das. Und seitdem er... Oh, ist das Hell, ist das Hell! Und seitdem ist er... Ich muss meinen Shade wieder rein. Ist es denn viel cooler in der neuen Stadt? Ey, nicht töten! Ist es denn viel cooler? Ja, viel cooler. Ach man. Wow! Hey, was ist denn mit dem los? Ich weiß es nicht. Ich lock mich erstmal aus. Sag mir, wenn der sich wieder beruhigt hat. Wir spawnen in der anderen Stadt. Was ist los mit dem? Oh, das ist mir zu hell. Wo ist denn... Ah! Kann ich inzwischen eigentlich wieder safe drauf kommen, oder? Ja, ja. Sieht so aus. Oh, die Pokis kommen. Oh, oh. Ey, bist du... Ich hab euch... Die rennen jetzt einfach erstmal weg. Ja, warte. Rennen nicht. Ich... Hier, hallo. Ich trau mich ehrlich gesagt nicht mit dem Shader hier irgendwo runter zu springen. Hauptstadt ist inzwischen ein Schwein. Guck mal, hier ist alles kaputt, ne? Mein Haus steht aber immer noch. Mein Haus. Oh, das sieht so geil aus, ey. Oh, das ist voll ätzend. Ich sehe mein Haus noch nicht mal. Das ist einfach weg. Dankeschön. Voll ätzend. Oh, ein Hähnchen. Oh, hatte hier irgendjemand zu viel Dias? Ich brauche wieder Dias-Rüstung. Oh, Taddle hat an seinem Haus weitergebaut. Was? Ja. Nein. Eine voll... Wow. Jetzt ist er tatsächlich schon seit Monaten dabei. Oh, scheiße. Hi, Erwalf, nicht töten, bitte. Dankeschön. Er meinte vorhin auch so, er hat keinen Bock auf Craft Attack. Ja. Basti, Erwalf. Ach, weißt du was? Ist mir jetzt... Oh, nee, ich habe meine Spitzsacke dabei. Ich will nicht sterben. Ich komme jetzt mal mit... Skate. Eigentlich würde ich hier locker runtergesprungen, aber... Jetzt gehe ich lieber die Safe-Treppe von Bergmann. Hammerhart getrollt wurde ich da. Hammerhart getrollt. Warte mal, geht es hier zu Bergmann rein? Boah. Jetzt bin ich bei Bergmann drin. Ich will nicht bei... Doch. Weil... Bergmann... Ja, nee, jemand hat mal einen... Da habe ich mir voll zugebaut. Achso. Um mich krass zu trollen. Krass zu trollen. Gar nicht mal so krass. Wo ist die Treppe von Bergmann? Ist dir das hier? Ja, da ist die Treppe von Bergmann. Ich gehe die lieber runter. Nein, ich habe bei dir ein bisschen Erde gebaut. Aus Versehen. Das machen alle. Die sichere Obstin. Das mache ich auch immer, jedes Mal. Was kann ich denn... Was habe ich denn wertvolles da? Oh, ich nehme alles, Männchen. Oh, das ist wunderbar. Nee, 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 nee. Oh, Steine. Nein, ich gucke nur. Ich gucke gerade, was wertvoll ist bei mir. Hui. Oh, hier ist die Treppe kaputt. Oh, Alter. Warum greift mich die Vive an? Spastil. So. Warum hat er mich angegriffen? Ich weiß er nicht. Ich habe den einmal geschlagen. Was greift er mich an? Sehr geil. Hier ist zugebracht. Ich greift er mich an. Tut. Gut. Wollte direkt mal hier klarstellen. Oh, ich habe schon sehr geile Sachen hier. Ich werde mehr als einmal gehen müssen. Oh, das gibt gleich noch alles Stress, ey. Sag mal, was ist denn denn? Pass auf. Machen wir es folgendermaßen. Ich stelle mich hinten bei dir ins Lager oder bei mir ins Lager. Oh. Boah, warte mal. Ich gebe dir mal ein paar Sachen, okay? Ah, nee. Hast du den Inventar frei? Nein. Nein. Bisschen warte ich auch noch kurz. Nein. Nein. So, jetzt. Alter, was machen? Was ist eigentlich bei denen los? Oh, da ist er weif wieder. Wie macht man denn Kohleblöcke inzwischen? Hui. Kann ich ihm was geben als Dankeschön? Ich könnte ihm einen Bogen geben. Ich könnte ihm Truhen geben. Das ist alles jetzt nicht wertvoll. Jetzt hat er seine Sachen genommen und mich gehauen. Wo bist du denn? Ich bin bei Skate. Bei Skatte? Was hast du denn für viele Sachen, Skate? Ja, ich sammle gerade den Redstone ein und mache Redstone-Blöcke draus und sammle so ganz viel Kram ein. Aber wo brauchst du denn? Ich klau mir jetzt. Ich klau mir jetzt, ich klau mir was bei Skate. Oh, oh, Gefängnis. Oh, oh. Ich hatte eigentlich voll die geile Idee. Und zwar hätte ich mich hinten an die Ender Chess gestellt und ich hier und du hättest es dann da reingepackt. Aber es wäre irgendwie schade, wenn es nicht funktioniert. Hast du eigentlich deine krasse Diaspitz... Meine krasse Diaspitz dabei? Ich habe nur meine Diaspitz dabei. Also nicht die ziemlich krasse von mir. Die Efficiency 4 gehört mir. Oh, da ist Klim. Äh, Dings, Skate, hast du eine Ender Chess? Ja. Wo? Es ist viel zu hell hier oben, Alter. Wo denn? Direkt oben. Scheiße, das habe ich so schön verteilt. Wo ist denn oben? Jetzt habe ich das Holz über meiner Tür. Der ganz rechte Block, den musst du kaputt machen. Das ist eine Ervive-Schutzreaktion. Hier, der hier. Ich muss gucken, ob ich... Das hier oben ist viel zu hell. Kann ich das mal so sagen? Das ist viel zu fucking hell hier. Hast du vielleicht ein bisschen Obsidian für mich? Boah, ich muss den Shader wechseln, Leute. Ehrlich. Dann brauche ich meine Ender Chests nämlich nicht abbauen, sondern kann einfach... Immer wenn ich meinen Shader wechselse, dass die Minecraft abstürzt. Die Minecraft ist nicht abgestürzt, sehr schön. Was habe ich du? Hä? Das ist doch der Kram. So, Ender Chests voll. Alter, du hast hier echt alles ausgehöhlt. Ja, ich habe hier unglaublich lang daran gearbeitet und dann einfach keinen Bock mehr gehabt. Aber sieht geil aus von hier oben. Ja. Wem gehört das runde Haus da hinten? Welches? Da. Direkt unter uns das? Nein, nein. Nicht... Hey, das ist doch nicht rund. Hier, so schräg. Nach da. Oh, tschuldigung. Ich sehe nichts, weil der Chunk noch nicht geladen hat bei mir. Ach so. Da ist sogar einer. Ach, das runde. Das ist das Kolosseum. Das sollte eine PvP-Arena werden. Ach so, ja gut. Wieder was, was nicht... Wenn das nicht fertig wurde, ja. So, pass auf. Ich packe jetzt mal mein ganz wichtiges Zeug. Pack ich jetzt mal hier rein. Hat hier jemand noch ein bisschen Platz im Inventar, dass ich einfach mal ein bisschen was zuschmeißen kann? Ja, hast du eine Tour, wo ich Scheiße reinpacken kann? Ja, locker. Ich hab genug Scheiß-Druhen hier. Hier, hallo, hier. Cobblestorm brauche ich nicht. Sticks brauche ich nicht. Warum... Oh ne, die Kartoffeln muss ich behalten. Warum nimmst du denn sowas? Weil ich hab' ich geschenkt bekommen von meinem... Hallo, ich hab' keinen Bock da drüben nochmal farmen zu müssen. Hier einfach alles mit, was ein bisschen Wert hat. 21 Öfen hab' ich hier nämlich auch mit, weißt du? Hab' ich genug Öfen. Nimm doch lieber Stein mit, ey. Das ist echt alles, unnötig Öfen mitzunehmen, ganz ehrlich. Weil die kannst du so schnell machen. Ja. Hm, sind auch wieder... Okay, lass' ich 21... Aber 21 Öfen hast du schon nach Hause gemacht. Oh, juckt doch keinen, Alter. Juckt mich nicht! Juckt mich nicht! Juckt mich nicht! Wahrscheinlich! Oh, ich hasse das! Das ist voll Kacke! Buch Kacke? Ich finde das Buch Kacke. Das ist meine, Alter. Hui, hui! Ich fall' voll nicht runter, hui! Kann ich nochmal jemandem was zuschmeißen, so? Ja, ich hier, hallo. Ja, ganz viel. Ich hab' jetzt mein Inventar auch wieder halb voll. Ja! Oh, Cleanstone. Stimmt, eigentlich auch unnötig. Warte, was hab' ich noch an Büchern? Sharpness will ich haben. Oh, ich kann Gravel hier mal mitnehmen? Gesteakt! Oh, Fortune 2 hab' ich noch. Der Weif hat einfach kein Haus. Der Weif hat einfach kein Leben mehr. Ähm, Äpfel... So, nix, 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 nix. Effizienz... Gas hier nehm' ich mit. Nix, nix, nix. Pfeiler auf jeden Fall. Kohle, Blaze, Powder... Ach, Yolo, ich zieh' jetzt einfach mit um, ey. Ich zieh' jetzt einfach... Aber dann kann ich, äh, die Sachen von Skate transportieren. Boah. Wie viel hat' ihr dir gegeben? Ja, genug. Also, mindestens ne Reihe voll. Ich geb' dir die mal, ne? Ja, alle kann ich nicht mitnehmen, aber ein bisschen schon. Oh, ganz ehrlich, du nimmst Fackeln mit? Ja, hab ich mich auch gefragt. Ja, drei Stack Fackeln. Und Mossy Cobblestone musst du auch nicht mitnehmen. Ich hab' nen Biom gefunden, wo ganz viel ist. Wie kommt man denn hier wieder runter? Hier, ne? Ui. Ui. Ähm. Ui. Ui. Ich hätt' aber gern noch ein paar von meinen Büchern mitgenommen. Oh, das leckt grad' irgendwie. Power, Power, Sharpness. Effizienz. Ui. Die brauchen die alle nicht. Ui. Leckt war ich auch grad? Da ist unser YouTuber-Kaffee, was ich mit Skate zusammengebaut habe. Soll ich das mal zeigen? Klenkern, komm, ich zeig' dir das. Klenkern, komm, ich zeig' dir das. Klenkern, komm, lieber zu mir. Oh, hallo Malte. Ich wollte auch packen jetzt. Ich hab' aber nix mehr. Ja, nee, du sollst einfach zu mir kommen. Einfach gut, Büchern, ich will nicht alleine sein. Ui, ui, ui. Boah, hier ist echt alles kaputt, ne? Wo bist du denn? Ich bin jetzt in der Stadtmitte. Komm, schnell, es brennt. Was? Sag das, es geht. Wie, es brennt. Sagt Kalibur. Er hat irgendwas angezündet. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, mach mal'n. Wahrscheinlich. Oh, nein. Nein. Halt dein Schnauze. Wo bist du denn, äh, Klenkern? Ich bin jetzt in der Stadtmitte und geh' zu, da bei Earlyball. Ich glaub' ich hab' alles. Ich glaub' ich hab' alles, was ungefähr wird. Was machen die denn da oben? Kaum hat man mal hier so'ne... Kommen wir zur Stadtmitte. ...beschissene Ender Chestern. Ja, ich muss irgendwie jeden Weg finden zur Stadt. Ach, hier geht's lang. Huiiii. Ja, okay, ich glaub' ich bin ein bisschen voll jetzt. Ha, er hat zu viel getrunken, versteht ihr? Oh Gott. Äh, 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 was wollt' ich sagen? Also letztens... Nein, ich sag' da nicht. Da, ich seh' ihn. Hallo. Hallo, alles Klenkern. Kein Feind. Es sind grad' schon wieder viel zu viele Leute auf dem Server, als dass ich mich irgendwie sicher fühlen würde. Oh, da kommt einer. Ja, ja. Nicht schießen, nicht schießen. Ich will eigentlich auch nur wieder zurück in unsere sichere kleine Stadt hier. Warum, warum... Das bricht mir jetzt grade schon ein bisschen das Herz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber wenn hier alles so kaputt ist... Da oben... Ich hab' Angst, ich will nicht länger hierbleiben. Ich auch nicht. Ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ja, wir müssen ja noch zu Klenkern hoch. Obwohl, ich muss gar nicht mit hoch, ich hab' gar keine Sachen. Ich renne jetzt weg. Nein, komm mit, es ist nicht weit, komm mit. Mein Inventar ist wohl. Komm jetzt mit, komm mit. Okay. Ich komm hier schon. Nein, da die Spinne. Wir cabine. Und wir sind so oder egal, Monty Weil meuf... Wer denn? Skate, warum... Ach so, die gehlat die Spinne. Skate, warum läufst du ihm hinterher, Tahere? Skate nicht, tu es nicht! Ich dachte, du bist �이� montre Ich dachte, du bist Böse. flo beholden? Hat mir jemand eigentlich mal Diamanten, dass ich eigentlich mal full Diamond bin. Ich hab noch ne Full Diam Ich hab auch genug Diamante... Ich hab 4 Diamanz echt gehört... Können wir machen, aber ich hab doch sowieso Dingens. Wir können doch sowieso den Bunker weiterbauen. Oh, der Bunker. Der Bunker. Ich will aber lieber eine Dia-Rüstung als einen Bunker. Damals dieses abgefuckte Dinge-Haus eigentlich von dir klänkern. Ja, ja. Wie lang hast du da gefarmt für dieses Dach? Geht. Im Sumpf gibt es richtig viel Clay. Im Sumpf gibt es richtig viel Clay. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Also bei so einer Innenausrichtung würde ich auch umziehen. Hat jemand Silk Touch? Ja, ich hab Silk Touch. Ja, haben wir in unserer neuen Stadt. Gib mal. Gib mal jetzt. Nicht dabei, du Trottel. Hast du eine Endergest? Ja. Ja, gib mal. Aber dann, nee, 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 nee. Ja, warte, ich will meinen Endergest auch mitnehmen. Warum nicht? Ich mach das nicht, weil dann ist die Silk Touch spitz. Da kann ich nicht mehr zurück tun. Ich hab noch ein Eye of the Ender. Wir können noch genug Eye of the Enders machen. Kein Problem. Okay. Ja, aber ich brauch Obsidian. Das ist mein Problem. Ja, wir haben Obsidian Generator. Ja, komm. Man bekommt als Einzug in die neue Stadt kommt man ein Eye of the Ender geschenkt. Ich hab doch eins. Wieso hab ich keins bekommen? Weil ich erst jetzt einen Blazerod von dir bekommen hab, den ich dafür benutzen kann. Warte, dann nimm dir das Blazerod. Den Blazerod brauch ich für meinen Brewing Stand. Ja, okay, können wir dann gleich machen, okay? Dann benutze ich den nicht. Ja, warte, dann äh. Ah, okay, warte. Warte, ich kann ja alles das mitnehmen, was in der Endergest ist, ne? Mein Blazerod ist mir schon sekundär heilig, muss ich sagen. Wir haben auch einen Blazerod irgendwo, meinte Kunga. Okay. Alles, was in der Endergest ist, kann ich ja mitnehmen, ne? Also das... Das brauchst du nicht mit dem, kannst du drin lassen, das siehst du. Ja, ja, das krieg ich so. Brauch ich sonst noch irgendwas? Das ist mehr Gunpowder. Ey, du hast ne Strip-Stange und ziehst ernsthaft um? Boah, ich muss ein bisschen dancen hier. Habt ihr Melonen und Möhren? Wir haben alles. Ja, ey, hallo, die wollen jetzt, die wollen jetzt auch nur... YouTube Money, Bitch. Ja, ich geh in den Pool, Alter. Boah. Sehr VIP. Das Fenster ist auch sehr cool gebaut. Seid ihr bei mir oben? Ja. Ja, wir haben grad Spaß mit einer Strip-Stange da. Oh, ich könnte meinen Ambus mitnehmen, stimmt. Ey, wusstet ihr das jetzt, äh, Pool-Dance, wie heißt das richtig? Hahaha, Demolierer, Demolierer. Pole-Dance, oder? Pole-Dance, das ist bei der nächsten Olympia, äh, äh, Sportart wird. Was? Was? Ja, das ist inzwischen offiziell leider keine Sportart. Endlich! Ich hab lange drauf gewartet. Ist das ein fucking... ...Emerald-Block? Mhm. Warte, ich hab Fortun 2, lass den mal mitnehmen. Warte, hier sind auch... ...Redstone-Blöcke. Ja, ja. Ey, darf ich deinen Emerald-Block klauen? Nein, den will ich mitnehmen. YouTube Money. Ja, das ist richtig hart, YouTube Money. Ich hab erst vier Emeralds gefunden hier auf dem Server. Ich bin Griefer. Oh, jetzt hör auf dem, seine Fensterscheiben kaputt zu machen, sowas macht man nicht. Skate, du machst das selber. Ich hab, glaub ich, keinen In-Game-Sound, merk ich gerade. Zumindest kommt bei mir keiner an. Nein, ich hab echt keinen In-Game-Sound. So, ich pack schon mal bisschen hier. Ich wundere mich schon hier. Ich wundere mich schon hier. Schöner sein, cool. Du machst bestimmt alles kaputt. Mein In-Game-Sound ist kaputt gegangen. Oh Mann, ich fühl mich grad voll schlecht. Was machst du? Die Stimme von dir. Oh, du machst bestimmt alles kaputt. Keine Ahnung, ich hab jetzt voll Mitleid mit dir. Ich hab grad so Mitleid mit dir gehabt, weil du das so gesagt hast. Oh, du machst jetzt bestimmt alles kaputt. Sonst würdest du gleich anfangen zu weinen, Alter. Man. Oh Mann. Ja, tut mir leid. Mach doch nicht immer alles gut. Das tut dir gar nicht leid. Hier ist ein Klima bei dir im Obergeschoss. Mal gucken, ob der explodiert. Nein! Oh, Klim! Ich will auch. Dein Dach ist kaputt. Klim! Geil. Klim nutzt Säcke. Wir zwingen ihn einfach so ganz leicht umzuziehen. Ja, aber ich will auch nicht. Ja, ich... Pass auf, ich farm dir genug Clay. Ich farm dir genug Clay, dass du das wieder aufbauen kannst, okay? Das ist ein Versprechen, weil das tut mir grad einfach so leid. Ich bin nochmal, dass keine Person die Sachen kaputt macht. Wirklich nicht. Moment, ich muss gucken, wie viel du kaputt gemacht hast. Es tut mir leid. Du hast bestimmt richtig viel kaputt gemacht. Oh Mann, du hast gesagt... Das sind aber zwei Etagen. Ich nehm noch ein bisschen Cleanstone von dir mit, okay? Du brauchst den ja sicherlich. Doch, ich brauch den. Ich häng dir dafür eine komplette Ender-Jazz, okay? Ja, okay. Ich will auch Ender-Jazz. Nö, nö, auf keinen Fall. Ja doch, ich verzeih dir jetzt, klar. Du, 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 du. Also ich muss ja wirklich sagen, es tut mir wirklich gerade schon ein bisschen leid, mein Zuhause zu verlassen. Aber da war... Aber warum ist eure Emo? Nein, das ist echt, das ist schlimm. Ich hab da 340 Parts gebaut. Ich muss kurz mein Dach reparieren, dann können wir abbauen. Ja, das ist nur ein Spiel, mein Gott. Als ob's da reinregnet, wenn du nicht da bist. Komm schon. Ich will auch keinen Schimmel haben, mein Gott. Ach komm. Ich weiß nicht mehr, wo es bei dir rausgeht. Da ist die Tür. Alle finden mein Haus irgendwie voll cool. Ja, aber nur wegen dem Dach. Klim, wo bist du? Ich bin draußen, ich warte auf euch. Du bist auf der falschen Seite draußen. Du bist auf der falschen Seite draußen. Siehste, das meine ich wirklich, ich hab keinen Überblick. Okay, hier bin ich. Brauch ich noch was? Nö, ne? Nö. Alles andere ist hinterher in der Chest. Hier hoch. Aber ich würd sagen, das war's bei mir auf jeden Fall mit der Folge Craft Attack. Ja, bei mir dann aber auch. Bei mir auch. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Gut, wenn ihr weiter gucken wollt, dann guckt auf jeden Fall bei Skate vorbei. Ja. Mindestens zehn Sekunden noch, nachdem ihr abmoderiert habt, hinten dran. Machst du jetzt ehrlich noch weiter? Oder hörst du jetzt auch auf? Ne, ne, ihr könnt Schiss sagen und zehn Sekunden später mach ich dann auch schon. Achso, okay. Dann schaut auf jeden Fall bei Klim vorbei. Nein, hier ist falsch. Bei Klim und Skate vorbei. Nein, hier. Nein, hier. Jetzt was denn? Schaut auf jeden Fall da vorbei und guckt euch die an. Wie ist das? Ja, guckt auf jeden Fall bei Skate und bei Klängern vorbei, das ich kaputt gemacht habe. Ey. Oh Mann, du machst bestimmt alles kaputt. Wir gehen jetzt mal zurück in den neuen Start. Alles klar. Und wir sehen uns, wenn wir da sind. Tschüss. Haut rein. Tschüss. Tschüss.